Die Wanderhure und der orientalische Arzt von Inni Lorenz. Es liest Anne Moll. Es war ein herrlicher Tag, gerade richtig zum Ausreiten, fand Gunther. Zu seiner großen Freude hatten ihn sein Bruder Radolf und dessen Vetter Ottfried aufgefordert, sie zu begleiten. Das taten sie nicht oft, denn beide waren einige Jahre älter als er und galten bereits als erwachsene Männer, während er mit seinen 16 Jahren noch als Jüngling angesehen wurde. Wie wäre es mit einem scharfen Galopp? fragte Radolf eben. Ottfried lachte auf. Um die Wette? Ich hätte nichts dagegen. Radolf wies auf den Höhenzug, der vor ihnen lag. Was haltet ihr von der alten Kapelle bei der Schlucht als Ziel? Bis dorthin war es ein anstrengender Ritt, doch Gunther glaubte ihn bewältigen zu können. Ich bin einverstanden, auch Ottfried nickte. Ich ebenfalls. Wir reiten los, wenn der Kuckuck das nächste Mal ruft. Die nächsten Augenblicke vergingen in gespanntem Lauschen. Da erklang der Ruf des Kuckucks und sofort gaben alle drei ihren Pferden die Spuren. Radolf gewann rasch einen Vorsprung und versuchte, diesen auszubauen. Auch wenn er noch jung war, wusste Gunther mit Pferden umzugehen und hielt das richtige Maß, damit sein Hengst nicht zu weit hinter Radolf und Ottfried zurückfiel, aber genug Kraft behielt, um zuletzt noch einmal richtig galoppieren zu können. Das flache Wegstück blieb hinter Gunther zurück und er ritt in die Hügel des Ödlands hinein, deren Flanken von dichtem Laubwald bedeckt waren. Gelegentlich sah er Ottfried vor sich, dessen Hengst bereits langsamer wurde und schließlich auch Radolf. Dieser warf einen Blick nach hinten und bug dann vom Weg ab, um die Strecke über einen Hügel abzukürzen. Gunther schüttelte innerlich den Kopf. Sein Bruder musste doch merken, wie stark sich sein Hengst bereits verausgabt hatte. Hinzu dieser Kraftanstrengung zu zwingen, würde das Tier vollends erschöpfen. Dabei war es noch gut eine Meile bis zu ihrem Ziel. Mit einem Zungenschnalzen brachte er Hektor dazu, noch schneller zu werden. Und kurze Zeit später sah er Ottfried nicht mehr allzu weit vor sich. Fast zur gleichen Zeit kam Radolf die Hügelflanke herab und schaffte es gerade noch, einen kleinen Vorsprung vor seinem Vetter zu retten. Das war dumm von dir, Bruder, murmelte Gunther und ließ seinem Hengst die Züge. Er kam Ottfried immer näher und überholte ihn schließlich. Wenig später hatte er auch Radolf hinter sich gelassen und galoppierte fröhlich auf die kleine Kapelle zu, die ein Eremit vor langer Zeit hier errichtet hatte. Gunther war ein paar Mal an diesem Ort gewesen, allerdings nicht wegen der Kapelle selbst, sondern wegen der Schlucht, die sich ein Bach nur einen Steinwurf davon entfernt gegraben hatte. Von einem Gelehrten war diese Schlucht als Wunder Gottes bezeichnet worden. Dort, wo man von der Kante aus bis auf den Grund sehen konnte, hätten fünf Männer übereinander stehen können. Zudem war der Einschnitt etwa drei Klafter breit und es hieß von den Jünglingen dieser Gegend, sie gelten erst dann als richtige Männer, wenn sie die Schlucht mit ihrem Pferd übersprungen hatten. Gunther hatte dies noch nicht gewagt. Sein Bruder hingegen hatte vor zwei Jahren behauptet, den Sprung bewältigt zu haben. Radolfs Zeuge war Ottfried, so wie er dessen Zeuge war. Irgendwann in den nächsten Jahren, sagte Gunther sich, würde auch er springen müssen. Dann aber sollte das Pferd, das erritt, frischer sein als sein Hektor, dem der harte Ritt nun anzumerken war. Als Radolf und Ottfried herankamen, winkte Gunther ihnen fröhlich zu. Das war ein schöner Ritt, jetzt sollten wir erst einmal Rast machen. Bei diesen Worten stieg Ottfried vom Pferd und setzte sich neben die Kapelle ins Gras. Das hier ist die Stelle, an der alle vier Herrschaften des Kleeblattbunds aneinanderstoßen würden, wenn das Ödland aufgeteilt worden wäre, sinnierte Radolf. Gunther blickte auf die Wipfel des Ödwaldes. Die Besitzer des Kleeblattbundes bildeten eine verschworene Gemeinschaft, die lange Jahre gegen Falko von Hettenheim zusammengehalten hatten. In Gedanken verstrickt achtete Gunther nicht auf die leise geführte Unterhaltung von Radolf und Ottfried, bis sein Vetter neben ihn trat. Es wird Zeit für dich, den Sprung über die Schlucht zu wagen. Nachdem dein Hengst heute so gut gelaufen ist, wird er auch das noch schaffen, rief Ottfried. Ich weiß nicht, Hector hat bei diesem Ritt doch einiges an Kraft aufwenden müssen, wandte Gunther ein. Sein Bruder legte den Arm um ihn. Komm mit, wir sehen uns die Schlucht an, und dann wirst du feststellen, dass sie ganz leicht zu überwinden ist. Mit einem leisen Stöhnen ließ Gunther zu, dass sein Bruder ihn zur Schlucht führte und starrte mit einem mulmigen Gefühl hinab. An den Seiten wuchsen ein paar Büsche, unten am Grund konnte er den Bach erkennen. Wer hier hereinfällt, steht nicht mehr auf, sagte er abwehrend. Wer will dann hineinfallen, antwortete sein Bruder. Du stellst dich mit deinem Pferd dort vorne hin, nimmst Anlauf und bist im nächsten Augenblick drüben. Zurück geht es noch leichter, da die Kante auf dieser Seite eine gute Elle tiefer liegt. Worauf wartest du noch? Gunther begriff, dass er sich nicht länger widersetzen konnte. So breit, dachte er für sich, war die Schlucht wirklich nicht, als dass sein Hengst sie nicht überspringen konnte. Also gut, ich tue es. Ich wusste doch, dass du Mumm in den Knochen hast. Immerhin bist du mein Bruder, und Brüder müssen zusammenhalten. Jetzt, wie auch später, wenn du Guntheramsweil als Erbe deiner Mutter übernommen hast, und wir uns Bogenberg nach dem Tod unseres Vaters geteilt haben. In Radolfs Stimme schwang ein neidischer Unterton mit, der Gunther jedoch entging. Als sie die Kapelle wieder erreichten, lag Ottfried im Gras und schlief, schreckte aber hoch, da Radolf ihn mit der Fußspitze berührte. Unser Kleiner will springen. Ah, ich dachte mir schon, dass er sich diese Gelegenheit nicht entgehen lässt, denn jetzt können wir beide bezeugen, dass er es getan hat, antwortete Ottfried und stand auf. Radolf reichte seinem Bruder die Zügel und wies auf die Schlucht. Nun zeig, was du kannst. Gunther hatte das Gefühl, als trauten die beiden es ihm nicht zu, den Sprung zu wagen, und nahm sich vor, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Mit einem Satz saß er im Sattel, steckte die Füße in die Steigbügel und lenkte den Hengst zu der Stelle, von der aus er Anlauf nehmen wollte. Sein Bruder und dessen Vetter kamen langsam hinter ihm her. Gib Hector die Sporen, damit er schnell genug für den Sprung wird, riet Radolf ihm. Es war, als begreife der Hengst, dass es galt, noch einmal alle Kraft einzusetzen. Er ging fast aus dem Stand in den Galopp und jagte auf die Schlucht zu. Als Gunther diese auf sich zukommen sah, kribbelte alles in ihm vor Anspannung. Im nächsten Moment hob sein Hengst kraftvoll ab. Es war wie ein Flug, dachte Gunther noch. Dann aber, genau über der Schlucht, rutschte der Sattel unter ihm weg. Er versuchte noch, sich auf dem Rücken des Pferdes zu halten, kippte jedoch zur Seite und stürzte. Der Schwung trieb ihn bis an die gegenüberliegende Wand der Schlucht, und er fühlte einen Aufschlag, der ihm den Atem raubte. Instinktiv krallten seine Hände sich in einen dort wachsenden Busch. Fast gleichzeitig schlug der Sattel gegen seinen Rücken, und er verlor den Halt. Verzweifelt versuchte er, sich an dem Grasbüschel, über das seine Hände glitt, festzuhalten. Aber er riss es mit sich. Er schrammte die Hände an Buschwerk und rauen Felsen auf. Immer schneller glitt er in die Tiefe. Als er in das Wasser des Baches klatschte, verlor er das Bewusstsein. Er bekam nicht mehr mit, wie viel Glück er im Unglück hatte, denn er landete mit dem Kopf auf seinem Sattel und geriet dadurch nicht in Gefahr zu ertrinken. Als er wieder zu sich kam, fühlte er zunächst kaum Schmerz, sondern war nur froh, am Leben zu sein. Vorsichtig begann er, Arme und Beine zu bewegen, und nun spürte er die Folgen seines Sturzes. Seine Rippen taten fürchterlich weh. Langsam kam die Erinnerung zurück, dass er den Sprung über die Schlucht hatte wagen wollen. Anscheinend war dabei sein Sattelgurt gerissen. Gunter drehte sich mühsam, sodass er hoch über sich das schmale Band des Himmels erkennen konnte, der sich über der Schlucht spannte. Die zwei Schatten, die sich oben über den Rand beugten, konnten nur Radolf und Ottfried sein. Er wollte ihnen schon zurufen, dass er den Sturz halbwegs glimpflich überstanden hatte, als Ottfrieds Stimme höhnisch zu ihm herabdrang. Diesen Gimpel zu beseitigen war leichter, als ich dachte. Mein Glückwunsch, Vetter! Damit bist du der alleinige Erbe deines Vaters und wirst zudem noch die Herrschaft Guntramsweil für dich behalten können. Außer dem Grafen auf Hettenheim kommt dir dann niemand von den Herren in diesem Gau gleich. Gunter erstarrte. Hatte er recht gehört oder nahten ihn die Sinne? Er erwartete, dass Radolf seinen Vetter zornig zur Rede stellen würde. Stattdessen hörte er ihn lauthals lachen. Endlich ist dieses Ärgernis beseitigt. Ich musste mich jedes Mal beherrschen, wenn ich Gunter sah, um ihn nicht zu erwürgen. So war's am einfachsten. Du hast deinen Bruder weggelockt, sodass ich seinen Sattelgurt anschneiden konnte, wie ich dir gesagt habe. Halt, Bruder, unterbrach Radolf seinen Vetter mit knirschender Stimme. Gunter traute seinen Ohren nicht. Nicht bewegen, durchfuhr es ihn.